Hallo liebe Kaffeeliebhaber, wir sind heute auf der HOST, das ist die größte Gastronomiemesse für italienische Köstlichkeiten und da gibt es zwei Riesenhallen, eigentlich sind es vier für Kaffee und wir schauen einfach, was es Neues gibt. Es wird Equipment geben, es wird Kaffees geben, es wird Zubehör geben, es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin mit dem Robert unterwegs. Hallo. Der Robert ist unser Native Italian, das heißt wir kriegen hier extrem guten Input, auch was es so Neues aus Italien gibt zum Thema Kaffee, aber wir halten euch up to date. Schauen wir mal, was da los ist. Die HOST ist eine Riesenmesse, da gibt es das volle Programm, alles für Hospitality, von der Fritteuse bis zum Pizzaofen, es gibt Kekse und natürlich, was nie fehlen darf, wir sind in Italien, es gibt natürlich Eis und da stehen auch die Köche Schlange und holen sich ihr Eis und probieren das und verkosten das und es geht so weit, dass es Röstrommeln gibt und ihr seht hier eine Röstrommel, riesige, riesig große Dinger, aber wir gehen in die Kaffeehalle, weil bei uns geht es um Kaffee und da müssten wir uns mal zurechtfinden, wo wir denn hingehen sollen. Wir haben einmal bei uns Röstrommeln vorbeigeschaut, wir haben bei Hausbrand vorbeigeschaut, geschaut wie die neuen Panettone zu Weihnachten ausschauen werden, bisschen Kaffee verkostet, bisschen Tassen geschaut, die üblichen Sachen halt, Gadgets, links und rechts, da sieht man sich kaum satt, Zubehörteile von Pumpen bis zu gefriergetrockneten Kaffee, den ich im Wasser auflöse, aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Alli hallo, ich bin hier am Stand von Varia und da gibt es eine neue Handmühle, das ist ein richtig cooles Ding, das ist eine Handmühle, die oben drauf die Batterie hat und das ist eigentlich eine Batterie mit einem Motor, das heißt, wenn ich nicht handkoppeln will, dann kann ich das einfach da drauf drücken, Knopf drücken, mit USB-C laden und Kaffee machen, unten drauf ein magnetischer Becher, der auch genau in den Siebträger hineinpasst, mit einer wunderschönen feinen Malgradeinstellung, die so richtig reinsnappt, so wie die Varia VS3, die ich ja schon beim Daniel testen konnte, ist das Ding richtig wertig, liegt richtig gut in der Hand, füllt sich an wie mein MacBook, würde ich fast sagen, kleinhandlich, leise der Motor, das ist unglaublich, das kann ich euch hier leider nicht zeigen, weil das werdet ihr überhaupt nicht hören und auch das Malwerk ist das gleiche wie bei der VS3, lässt sich austauschen drinnen, zumindest der innere Kegel. Also das ist mal eine wirklich interessante Handmühle, 280 Euro herum wird sie kosten, wenn sie dann endlich in Europa auf den Markt kommt. Was wir auch noch hier haben, ist die große Schwester von der VS3, die kommt nächstes Jahr, da sind große so Hybrid-Scheiben drin, also ein Ding zwischen Scheibe und Konisch, eine Mischung mit 53 Millimetern, 1000 Euro Range wird die Mühe sein, wir haben es uns angefangen super leise mit Malgradeinstellungen, also auch interessant und was mir wirklich gut gefallen hat, sie haben ja auch eine richtig schöne Waage, die ist ziemlich schnell, ziemlich einfach, keine sinnlosen Smart Functions, wasserdicht, so um die 100 Euro, also Varia hat da ein paar sehr schöne Sachen im Programm. Dazwischen gab es wieder zahlreiche Maschinen, mehr gruppigste Maschinen, ich wüsste gar nicht, wie ich das am besten nennen kann, crazy Vollautomaten in den verrücktesten Designs und natürlich kleine Reisemaschinen, die diverse Funktionen haben und natürlich findet sie dann auch Hersteller, wie zum Beispiel Rocket, die einfach herzeigen, was sie alles mitgebracht haben und was sie alles im Portfolio haben und teilweise auch natürlich Neuigkeiten. Ich bin gerade am Rocket-Standard, habe mir nochmal anhören müssen, wie man die neue Rocket ausspricht, das ist die neue Rocket B-Cocker. Es ist die neue Maschine von Rocket, die kommt im Jänner raus, hier stehen so die ersten beiden Modelle davon. Sehr interessant, aber auch nicht so etwas Neues, wie sie tun. Es ist ein Dual Boiler mit einem Thermoblock in der Brühgruppe, um die Feinjustierungen genauer zu machen von der Maschine. Keine App, kein IoT, alles oben auf einem Display zu bedienen. Schaut cool aus, ist sehr solide verarbeitet, aber trotzdem hier nichts ausgefallenes Neues, weil Sitträger ist aus Messing. Ansonsten funktioniert alles normal, es gibt kein Pressure-Profiling. Das kommt erst Ende nächstes Jahres in einer Pro-Version. Das heißt, die Maschine hat eine normale Pre-Infusion, eigentlich ein Pre-Wetting, wo ich die Zeit einstelle und dann die Pause und dann die Extraktion anfänge. Und ansonsten Klassisches, ich kann die Milliliter einstellen, die ich extrahieren will, also klassische Volumetrik. Sonst schön leise, große, solide Maschine mit schönen Arbeitsflächen, ordentlich Dampfbau auf der Seite raus. Die Warmwasserlanze ist auch ganz normal aus dem Dampfkessel, das heißt, hier auch nichts ausgefallenes. Ziel von der Maschine ist, ambitionierte Haushalte, aber wahrscheinlich eher Studios oder kleine Gastros sogar, weil sie kann aus dem Tank betrieben werden oder natürlich auch fix angeschlossen werden. Das kann ich einfach in der Maschine umstellen. Gefällt mir sehr gut, Edelstahlboiler und ansonsten Rocket-typisch. Das Ding schaut natürlich sehr gut aus, ich zeige euch gleich nochmal. Ja, das war es von Rocket, das war die große Neuerung bei Rocket. Natürlich haben auch unsere Röster dort nicht gefehlt und einer der liebsten Schände für uns war Thor Kaffee. Dort gab es nicht nur ein super Mittagessen, sondern er hat auch seinen neuen Wood Rose präsentiert. Er ist ein Kaffee, den er für den Export konzipiert hat, aber wir durften ihn schon verkosten, nicht nur auf der Messe, schon vorher unglaublich gut. Und sein neuer Thor Kaffee Bio, ein Gedicht sondergleichen, beides Kaffees, die über Feuer geröstet werden und so das mitbringen, was ich so liebe, sein Bio-Kaffee zum Beispiel. Extrem schokoladig, mit wahnsinnig viel Cremigkeit dabei, ganz, ganz was Feines. Und auch die ganze Verpackung biologisch abbaubar, ohne Aluminium drinnen, sondern nur in einer Spezialbeschichtung drinnen. Die Kaffees waren schnellstens weg, muss ich sagen. Und der Thor Kaffee Bio, aber auch der Wood Rose haben uns wirklich begeistert und wir freuen uns schon, wenn die dann bei uns ankommen, wie die in den Regal stehen haben werden. Wir konnten uns natürlich anschauen, wie sie die Kaffees machen, worauf er Wert legt. Tolles Equipment hatte er dort und Baristas, die mir natürlich gezeigt haben, worauf sie achten, um den Kaffee zu machen, dass der dann so rauskommt, wie wir es gerne haben. Schaut es euch an, wie der rausfließt, langsam und gemächlich. Also die Cremigkeit sehe ich ja schon in dem Shot und danach gab es ein richtig gutes Mittagessen dort. Und wir haben gleich mitgenommen, den Benjamin von den Kaffeemachern, den sind wir über den Weg gelaufen und gesagt, komm mal mit, probier mal einen italienisch gerösterten Kaffee, was richtig dunkles. Wir hoffen, es hat ihm gemundet. Einen Spaß hatten wir auf jeden Fall alle zusammen. Jetzt bin ich am Stand von Eureka und hier schießen sie Neuheiten raus, wie es nur geht. Eine Sache nach der anderen. Das erste Mal sind sie unter der Maschinenproduzenten gegangen, eigentlich unter die Verkäufer, weil sie lassen sich Maschinen bauen. Es schauen sehr schön aus, magnetische Seitenwände. Es geht darum, dass ich sie stilistisch anpassen kann, auch an die Mühle. Technisch nichts Überragendes gibt es mit Vibrationspumpe oder mit Rotationspumpe, mit oder ohne Pit. Die beiden Teure mit Pit lassen sich auch mit Fixwasser anschließen. Grundsolides Ding, von Victoria Arduino gebaut, sehr ordentlich, grundsolide. Was haben sie noch? Sie haben verschiedenste neue Libro-Versionen. Sie haben eine Atom mit eingebauter Waage, mit klassischer Software, normalem Drehrad. Und jetzt wird so ein bisschen, wir sind uns nicht ganz sicher, wo wir hinwollen, wir haben eine geile Idee, aber wir haben es noch nicht überall eingebaut. Sie zeigen eine neue Software auf ihrem Display, mit denen ich endlich, und das war ja mein größter Kritikpunkt bei Eureka immer, den Malgrad am Display sehe und dadurch deutlich genauer steuern kann. Es wird es erst Ende nächsten Jahres geben. Ende 2024 kommt da eben einiges, wo ich den Malgrad wirklich an einer Zahl sehen kann. Anders als alle Hersteller, aber eine frei erfundene Zahl. Das heißt, ich habe da keine Mikrons, sondern ich arbeite mich hier in einer Range, wie auch immer hin. Die neue Atom hat das so nicht. Das ist wieder eine andere Software. Also Sie haben hier Maschinen mit den unterschiedlichsten Software nebeneinander. Nichts schaut gleich aus, aber die Richtung ist ganz klar. Alle Neuen werden diese Einstellungen haben, wo ich den Malgrad sehe. Das ist extrem genial. Und dann einen kleinen Assist auch, mit der ich die Malgrad nachstellen kann, indem ich sage, und die Idee finde ich lustig. Ich hätte gerne einen Shop mit 27 Sekunden. Der Shop jetzt hat so lange gedauert. Sag mir bitte, was ich machen soll. Für manche Barista von euch wahrscheinlich kein Problem. Für andere könnte das eine wirklich gute Hilfe werden. Das ist super interessant. Bei den Single-Dosing-Mühlen haben Sie das Drehrad, was ich ja absolut hasse und den größten Schwachstundpunkt finde, deutlich überarbeitet. Und es hat jetzt einen Rundenzähler drauf, dass ich weiß, wo ich bin. Symptomatische Behandlung nennt man das bei den Medizinern. Nicht wirklich eine Problemlösung. Ist auch noch nicht fertig ganz, aber so ähnlich wird es ausschauen. Muss einem gefallen, aber ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz, mit dem ich arbeiten kann. Ich nehme auch eine ganz neue Serie an Zubehörteilen, wo Sie dann alles unter einem Brand bringen. Und alles an Zubehör, was ich für die Mühle so haben könnte. Mühle, Zubehör, Temper, Leveler, das volle Programm. Schöne Handmühlen gibt es auch noch. Ich glaube, das wäre mal so die schnelle Zusammenphase. Den Rest kann man sich dann im Detail anschauen. Nichts Großes, Weltbewegendes. Das Gute finde ich vor allem die Verstellungen von den Drehrädern. Und die Software, die Richtung, wo es hingeht, ist auf jeden Fall sinnvoll. Weil ich kann das kleine Drehrad haben, wenn ich dann am Display genau den Malgrad sehe und mit dem auch wieder finden kann. Das ist auf jeden Fall super interessant. Und was auch noch hinzu kommt, ist natürlich eine komplette Collection an verschiedenen Scheiben. Und die Scheiben, die verschiedenen Cafés geeignet sind. Das heißt, Sie haben Scheiben für High Clarity, High Body, je nach wie man es haben will. Für uns eins der klassische Espresso, Grind Italian Roast und für Mucho Body. Das gibt es natürlich auch. Das ist auch meistens bei den Single-Bose-Himmeln schon drinnen. Ist ein italienischer Hersteller. Das ist in der Hinsicht eine feine Geschichte. Also das war es mal von Herr Rücker im Schnelldurchlauf. Aber ich glaube, das ist mal genug, weil die haben uns bombardiert mit Neuheiten hier. Am Weg sind wir dann auch bei Rangilio vorbei. Und da bei der Homeline gab es viele neue Farben. Das scheint auch mal momentan eher der Move zu sein. Echte Innovationen sucht man hier vergeben. Vergeben es aber, die Farben, die haben was. Es ist richtig schön, dass endlich Farbe wieder in den Haushalt einkert. Wir kommen ja aus der Architektur. Also gefällt uns das halt sehr gut, wenn endlich Farbe gezeigt wird. Und da gibt es Rachida Silvia und dann den Dual Boiler auch in Farbe. Dann waren wir bei Lelit. Lelit immer bekannt für ihre Innovationen. Seitdem sie von Breville gekauft wurden, würde ich sagen, sind ihnen die Füße eingeschlafen. Es gibt neue Farben. Die kommen vielleicht irgendwann. Sie nennen sie Champagner oder auch Senf. Sie sind sich nicht so ganz einig. Und die Farbe, die wir auf der Messe gesehen haben, ist noch nicht die Finale. Aber sonst gab es hier absolut nichts Neues. Und es hat auch irgendwie das Gefühl, die Luft war ein bisschen raus bei der Firma. Hallihallo, ich bin hier gerade bei Latte Art Factory. Und die haben einen automatischen Milchschaum Dispenser. Ist jetzt nichts Neues. Seit Übermilch kennt man das ja. Aber der funktioniert ohne Dampf. Der schäumt die Milch einfach nur durch eine Düse auf. Und ich kann euch sagen, der Milchschaum ist crazy. Das wirklich coole daran ist. Ich kann die Temperatur von der Milch schon frei regulieren. Von 5 Grad, also kalter Milch, bis zu über 60 Grad heißer Milch. Und dann habe ich perfekte Latte Art Milch direkt in der Tasse aus dem Ding raus. Ich glaube, das könnte einiges ändern. Und vor allem denke ich immer daran, wenn mein Lieblingscoffeeshop immer perfekte Milch hat. Sogar wenn es richtig stressig wird, wie geil das eigentlich sein könnte. Das ist eine deutsche Firma und das Ding schaut richtig gut aus. Und ich kann zwei verschiedene Milcharten nebeneinander laufen lassen. Und dann einfach zwischen zum Beispiel einer veganen Milchalternative und normaler Vollmilcharbeiten. Cooles Ding. Und ich muss sagen, der Milchschaum war so genial zum Gießen. Wirklich schön direkt einfach ausgegossen. Am Stand von Slayer haben sie was Neues probiert. Dort haben sie einen Cheftechniker aus Seattle, wo Slayer handgebaut wird, eingeflogen. Und der hat dann vor Ort eine Maschine gebraucht. Also eine handgebaute Maschine aus Seattle, aber gebaut in Milan. Das war ziemlich cool. Am Stand von Sinneso habe ich ordentlich versteckt. Und niemand wollte mit mir reden oder mir irgendetwas zeigen. Eine Sinneso ES1 gesehen und konnte mit der ein bisschen herumspielen. Ja, das Ding gibt es wirklich. Und sie würde gerne genannt die Brotbox. Aber ich muss sagen, in echt schaut sie richtig fein aus und gut überlegt. Eine der wenigen Maschinen, wo ich die Wassertemperatur beim Wasserauslass einstellen kann. Ganz genau. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Und die Maschine zeigt auch wieder etwas, was jetzt immer mehr passiert. Die Software ist schnell. Das heißt, am Bildschirm, das was ihr seht, was ihr bedient, passiert schnell und zügig und ohne Verzögerung. Mehr oder weniger, wie ihr es von euren iPhones oder Smartphones generell gewohnt seid. Also ein Hightech-Ding. Wohl überlegt. Grundsolider. Gebaut wie ein Panzer. Und in echt hundertmal schöner als auf den Bildern, muss ich sagen. Aber die war richtig versteckt. Ich bin jetzt am Stand von Matzer. Ist ja jedem, glaube ich, ein Begriff. Matzer macht Müllen. Und sie haben was Neues präsentiert. Sie haben eine Single-Dosing-Mühle für zu Hause präsentiert. Wie viel aus, heißt sie, glaube ich. Mit 64 Millimeter Scheiben und sie wirkt extrem groß. Und man dachte, das ist ein wuchtiges Ding. Erstens ist es Matzer. Es ist made in Italy. Alles in Italien. Und man sagt, sie wollen das in die Haushalte bringen. Dementsprechend 1000 Euro Preis-Range. Ziemlich gut für eine Matzer-Mühle mit hochwertigen Materialien. Und wir haben uns im Detail zeigen lassen, wie sie funktioniert. Es gibt zwei Burrs. High Clarity. High Body. High Body ist natürlich voll unsere. Richtig für italienischen Kaffee optimal. Extreme, niedrige Retention. Und der Schmäh ist, und das wird jetzt immer mehr kommen. Ich habe Scheiben, wo die Bohnen reingefüttert werden. Und beim Reinfüttern der Bohnen werden sie schon zerbrochen. Also vorgebrochen. Und dadurch kriege ich ein besseres Malergebnis. Ich habe dieses Popcorning nicht. Das heißt, die Bohnen springen mir nicht aus dem Behälter oben raus. Im Hintergrundspiel läuft das Video, wo sie uns gezeigt hat, wie das funktioniert. Und für mich, ich bin ja Sauberkeitsfreak, wenn ich Kaffee zu Hause mache. Sie haben das Ding so gebaut, dass es ohne Statik rauskommt. Und anders als andere Hersteller wird da nicht mit Strom reingefahren, wird versionisiert oder so etwas. Sondern sie hat einen Materialmix und eine Bahn des gemahlenen Kaffees gemacht, der die Statik wegnimmt. Und es war erstaunlich. Sie hat beim ersten Mal malen viel zu fein eingestellt. Einen ganz hellen Kaffee gehabt. Der hat ewig gebraucht. Der kam raus mit null Statik. Der war in diesem Edelstahlbecher, der richtig schön schwer ist. Und sich so magnetisch hinsnappt. Der war da drinnen, ohne dass irgendwas von den Feins am Rand geklebt ist. Also wir haben es echt geschafft, Kaffee ohne Statik aus der Mülle rauszuholen. Ich finde das super. Das Ding schaut irgendwie cool und basic aus. Wiegt recht groß für 64mm, aber eigentlich ein richtig cooles Ding. Danach habe ich mir auch gleich die Handmülle von Mazza zeigen lassen. Die habe ich, muss ich zugeben, bis jetzt irgendwie nicht gesehen gehabt. Sehr, sehr fein einzustellen. Die große Single Losing Mühle hat eine 6 Micron Einstellung. Die Mazza Handmühle fährt so in den 30ern Microns. Und da ist die gesamte Einstellung von der Mühle auf 360 Grad. Dann haben Sie noch eine zweite Handmühle. Die ist dann die X. Da kann ich dann in drei Runden einstellen und kann sehr, sehr viel feiner justieren. Und dann haben Sie, wie alle neuerdings, auch ein Grind by Weight System. Jetzt haben Sie Barakoni hergezeigt. Funktioniert extrem gut. Und anders als Malkönig und Co. zeigen Sie an, was wirklich unten gewogen wird. Das heißt, da sehe ich dann relativ genau, dass das Ding genau funktioniert, aber nicht versucht, sich den Weg zu lügen. Man muss auch sagen, das Ding scheint hohes Interesse anzuregen. Der World Barista Champion war auch gleich da und wollte sich anschauen, wie das funktioniert. Also, Grind by Weight wird wahrscheinlich der neue Standard. Und wir sehen richtig viele coole Single-Dosing-Mühlen hier auf der Messe. Das heißt, das taugt mir auch schon. Die Single-Dosing von Matze wird es Ihnen momentan mal schwarz und Edelstahl geben. Und sie kommt im Frühjahr raus. So um die 1.000 Euro. Also, ich bin da wirklich gespannt drauf, weil das Ding hat einen coolen Feel gehabt, muss ich sagen. Und es ist semi-gastro-tauglich. Das heißt, da ist richtig, richtig hohe Qualität. Und eines noch, es ist super leise. Das heißt, Sie tunen das Ding auch gewichtsmäßig und tempermäßig, dass es wirklich nicht vibriert und keinen Sound macht, wenn der Motor alleine läuft. Und wenn dann die Brunnen reinkommen, natürlich das Brunnen mahlen und dann wieder leise. Das bin ich von meiner Lagom zu Hause gewohnt. Und es ist cool zu sehen, dass das jetzt Standard wird. Also, schauen wir, was es noch gibt. Jetzt sind wir bei Puzzle Aqua und während der Robert noch mit Gio Russo, dem Chefbarista von Puzzle Aqua redet, habe ich schon einen Kaffee genießen dürfen. Und es war der Moana, ein 100%er Radiker, aus einer Hahnhebelmaschine. Vom Meister, also vom Gio persönlich gemacht. Und ich kann euch sagen, es wird schwer zu schlagen auf dieser Messe. Der Kaffee ist ein Gedicht gewesen. Das ist so gut. Und ihr seht auch, wie langsam wir runterlaufen. Das macht es halt aus. Aber Puzzle Aqua stand auf der Host. Immer ein Highlight hier. Wollen Sie Ihr Gastronomiekonzept zeigen? Sehr fest, sehr gut, aber vor allem verdammt guter Kaffee. Aber Robert kommt gar nicht aus dem Schwärmen raus. Da muss man schauen, dass wir weiterkommen. Aber Puzzle Aqua stand hier. Wenn ihr einen guten Kaffee auf der Host haben wollt, kann ich es immer empfehlen. Das ist super, super gut. Auf der Host trifft man auch echte Chorifeen. So habe ich auch Junior Vargas, den österreichischen Barista Champion und World Espresso Champion getroffen. Habe ihn zu Puzzle Aqua mitgebracht und habe ihn gleich mal Gio Russo vorgestellt. Und die beiden haben ein bisschen gefachsimpelt und dann Kaffee getrunken. Ach, das war ein Happy Place Mode, muss ich euch sagen. Hallihallo, ich bin jetzt bei Mahlkönig gewesen und da gibt es viel zu erzählen. Da hat sich einiges getan. Es gibt natürlich die Omnia, das ist die EK43 auf Speed. Mehr oder weniger mit der wunderschönen Software von Mahlkönig drinnen. Sie kann jetzt auf Zeit malen. Sie kann Rezepte speichern und nachstellen. Sie hat dann den Siebträgerhalter natürlich für einen Siebträger. Sie hat einen magnetischen Einsatz, damit alles schön ausschaut. Das Ding ist traumhaft schön und kann theoretisch im Coffeehouse auch eine normale Mühle ersetzen, weil sie eben auf Zeit malen kann und das in dem Speed von der EK43 und der gesamten Range. Aber das, was eigentlich cooler ist bei Mahlkönig, ist diese neue Softwarelösung, die Sie haben, wo Sie die Mühle mit elektronischer Mahlgradverstellung, wie Ihre 80er Mühle mitgegeben, mit Grind by Weight oder auch die Omnia oder auch bald die 65er, die kommt dann nächstes Jahr. Da können Sie Mahlgrad ja elektronisch verstellen. Das alleine ist nicht wirklich cool. Die Mikrons werden angezeigt, die elektronische Mahlgradverstellung ist jetzt nichts weltbewegendes. Aber die Mühle redet mit der Maschine. Und eigentlich müssen wir sagen, redet die Maschine mit der Mülle, weil die Software kommt vom Mahlkönig und die Maschine darf sich anbinden. Momentan sind es die Gastmaschinen von Lama Zocco, die das können. Vom Grundprinzip her, ich fasse es mal zusammen, aus fünf Malungen werden die kürzeste und die längste werden rausgeschmissen und die drei mittleren werden gemittelt und dann stellt sich der Mahlgrad nach. Im Endeffekt habt ihr einen Profi-Barista stehen, der alleine in der Mühle eingebaut ist und laufend den Mahlgrad anpasst und das Rezept konstant hält. Kleine Abweichungen sind okay, große Abweichungen sind nicht okay. Das Ergebnis ist natürlich cool. Ich kann konstant fahren und brauche mich um nichts kümmern. Das Ganze läuft über magisch die Cloud. Da hängt die Mühle und die Maschine dann dran. Aber, und das war natürlich sofort meine Frage, ich gehe auch hardwired. Ich kann die beiden Dinge auch mit USB-Kabel verbinden. Kein Bluetooth oder sonstige exotische Lösungen. Das ist eine sehr, sehr schöne dynamische Lösung und die Aussage vom Mahlkönig ist ganz einfach. Wir haben die Plattform, wo die Mühle dran hängt. Die Hersteller können sich dranhängen. Momentan ist es Lama Zocco, aber sie sind offen für andere. Das heißt, das wird extrem interessant und es werden alle Mühlen sukzessive in dieser Richtung nachgeschossen mit der elektronischen Mahlgradverstellung. Das heißt, wir wissen schon, wo die Reise hingeht. Die Reise geht hin, dass sich die Mühle ab sofort von alleine aufs Rezept anpasst. Momentan einmal in der Gastronomie, aber ich glaube, das wird richtig spannend. Hallo liebe Kaffee-Lieb-Haber, ich bin gerade bei Kompakt am Messestand und dort haben Sie ja präsentiert die neue Kompakt Fino. Das ist eine kleine Single-Dose-Mühle. Ich würde sagen, auf den ersten Blick sehr ähnlich zu einer Nisch. Vollmetall wirkt richtig wertig mit 63mm Conical Burst. Kompakt selber sagt, sie ist mehr fokust auf Filter, aber nach einigen Gesprächen mit einigen Mitarbeitern ist es ein Full-Range-Grinder. Und sie haben sich für Conical entschieden, weil sie mit einer langsamen Drehzahl die Feind relativ niedrig halten. Generell sollte diese Mühle auch super sein für Espresso. Und was mir daran gefällt auf der teuren Version, die wir zu 800 bis 1000 Euro kosten, ist eine Waage unten eingebaut. Das heißt, ich kann die Bohnen auf der Mühle abwiegen und oben reinhauen und dann beim nach dem rausmalen noch einmal sehen, wie viel ich wirklich rausgemahlen habe. Ich finde das super für den Workflow. Sie haben sich auch überlegt, wie man die Nullpunkteinstellung super in die Mühle integriert. Das Ding ist klein, das Ding ist leise, hat eine relativ einfache Burst. Und was sich bei Kompakt jetzt so richtig geändert hat, was ich super finde, sie bauen ihre Malwerke selber. Das wird ja in Spanien gebaut. Das heißt, das ist auch wirklich in Europa gebaut. Gefällt mir immer gut. Und weil sie ihre Malwerke selber bauen, haben sie jetzt viel mehr Einfluss auf das Endergebnis der Mühle. Also daher kommt sicher einiges Interessantes von Kompakt in der Zukunft. Und in so zwei, drei Monaten soll die Mühle auf den Markt kommen. Das Video, was ihr jetzt seht von der Mühle, ist noch eine Vorproduktions-Unit. Aber da scheint alles schon ziemlich fertig zu sein. Nur der Blower, der oben noch drauf kommt, der kommt dann bei jeder Mühle auch mit. Die günstigste, also die ohne der Waage, weil sie sagen, die meisten haben ja eh schon eine Waage für eine Single-Dosing-Mühle, die wird so um die 600 Euro kosten. Also das wird auf jeden Fall ein interessantes Produkt werden, was hier für den Home-Use kommt. Jetzt bin ich bei Teado am Strand und stehe hier neben einer Sunezzo ES1. Ich zeige euch die kurz einmal. Eine Maschine, die glaube ich, nicht nur ich geglaubt habe, dass sie nie auf den Markt kommen wird. Aber ich habe bei Teado gefragt, was habt ihr Neues? Und sie haben die neue Leon-Line. Und nebst allem, was ich hier auf dieser Messe gesehen habe, Hightech, Fancy, Gadget, whatever. Ganz klassische Mühlen. Aber ich mag ja Teado, weil es so klassisch und unkompliziert ist. Und sie haben sich das gut überlegt. Sie hat ein Display vorne. Sie ist zeitbasierend. Sie hat oben einen Drehkranz. Null ist Touchpoint der Scheiben. Und generell ist der Scheibenmühle mit einer Zeiteinstellung. Und das ist es. Sonst tut sich hier nichts. Ich kann das Menü vorne relativ gut konfigurieren. Das heißt, ich kann mir ein, zwei, drei, vier Tasten anlegen, wie ich es haben will. Und wie ihr hier seht, ich kann einen Bezug starten, also einen Mahlvorgang starten, pausieren, was mit dem Siebträger macht, zum Beispiel aufklopfen, wieder einsetzen und weiterführen. Finde ich eine super, super Geschichte. Und vor allem, was mir am meisten daugt, das sind manchmal die kleinen Sachen, ist diese Ablage, die sie vor der Mühle haben. Ich dachte erstens, es gehört zum Messestand, aber es ist Teil von der Mühle. Da ist richtig viel Platz. Die kann ich rausnehmen und ausleihen, kann meinen Siebträger drauflegen. Die Mühle ist schnell, die Mühle ist sauber. Und das wirklich Lustige ist, sie haben die 800er, die 700er, die 600er. Und ich dachte, das sind 80er, 70er und 60er Scheiben mit einem kleinen Millimeter dazwischen. Aber die 800er sind 83er Scheiben. Die kostet gutes Geld. 1700 Euro, so herum, wie sie kosten. Die 700er sind 64er Scheiben mit einem relativ schnellen Motor, 1200. Und die 600er sind auch 64er Scheiben mit einem Motor, der langsamer dreht, 900. Das ist perfekt für Zuhause, weil so um die 600 Euro kosten. Und ich glaube, das könnte die Mühle für Zuhause sein, wenn ich nicht Single-Dosing will. Und ich sage immer, ich liebe Single-Dosing. Aber wenn ich schon eine normale Mühle haben will, dann könnte das wirklich eine coole Lösung sein. Und das ist mal no Gadget, no Bullshit. Die Mühle ist ganz straightforward. Das Mühle ist schnell. Ich drücke drauf, sie fängt an zu malen. Ich drücke nochmal drauf, sie hat aufzumalen. Eine wunderbar einfache, klare Geschichte mit einer schönen Gabel für den Siebträger drinnen. Also cooles, schlichtes Ding. Aber es ist auch immer wieder erfrischend, mal was Einfaches zu sehen. Jetzt bin ich bei Fiorenzato. Und Fiorenzato hat in letzter Zeit echt aufgefallen mit richtig cool aussehenden Müllen. Und was mir auch taugt, Farbe ist jetzt wieder da. Die Müllen haben Farben, die Müllen haben schöne Farben. Video-Editing Philipp hier. Ich muss ehrlich zugeben, bei Fiorenzato habe ich Mist gebaut. Und mit der Kamera einfach falsch aufgezeichnet. Und genau dann Record gedrückt, wenn ich heute Pause drücken soll. Dementsprechend gibt es hier wirklich wenige Aufnahmen. Und ich werde mich ins Zeug legen, die Mühle möglichst schnell bei mir im Studio zu haben. Weil es mir so gut gefallen hat. Deswegen blutet mir das Herz noch mehr, dass ich hier zu wenig Content habe. Aber ihr könnt mir glauben, das Ding ist richtig cool. Und ihr werdet auf jeden Fall mehr davon sehen. Jetzt gibt es die Old Ground. Eine Mühle, die ich hier generell super genial finde. Das heißt, sie kann alles von Espresso bis zu Filtermahl. Und es hat wahnsinnig schön gelöst. Richtig ein schönes haptisches Drehrad. Richtig cooles Ding. Aber die sind in Essenz mit einer eingebauten Waage. Und sie sagen neueste Generation, whatever. Aber das Tolle daran ist, die Waage ist schwimmend gelagert in der Mühle. Und ihr seht es jetzt hier. Er haut auf den Tisch wie ein Wahnsinniger. Die Assayer Waage daneben springt auf und ab. Und die Mühle macht weiter Party und malt sauber durch. Das heißt, es ist wirklich dafür ausgelegt, in einem normalen Szenario, nicht im Laborbetrieb, sauber gewogen auszuwerfen. Und dann mit dieser wunderschönen Einstellung und diesem sehr einfachen Mechanismus, wie ich die Mühle aufmachen kann und reinigen kann. Etwas, was ja gerne vergessen wird. Muss ich sagen, schwer beeindruckend. Und jetzt kommt das Beste. Die Mühle hat einen Retailpreis von 970 Euro. Klingt im ersten Mal viel, aber 64 mm Scheiben, die leicht aufzumachen sind, leicht zu reinigen. Und eine eingebaute Waage. Ich sage mal, da müssen sich viele warm anziehen. Aureka. In der Hinsicht muss ich sagen, richtig cooles Ding. Und komplett in Italien gebaut. Da sind sie wahnsinnig stolz drauf. Ich finde das auch eine coole Geschichte. Alles italienisch daran, Vollmetall, schwer, richtig schön. Also cooles, cooles Ding. Ich kann schon sehen, dass wir das vielleicht bald bei uns stehen haben werden. Weil die hat mir richtig gedacht, wahrscheinlich das Messe-Highlight. Das war die Host 2023 in einer Kurzzusammenfassung. Ich würde sagen, was man auf jeden Fall sagen kann. Es kommen die Mühlen. Die Mühlen werden leiser. Die Software wird endlich schneller generell. Alles wird leiser, stabiler und solider. Und die meisten Hersteller bewegen sich in die Richtung, dass sie komplett durchdachte und grundsolide Produkte rausschießen. Mein persönliches Highlight, nachdem ich den Junior-Wagers natürlich zu Chiro Russo bei Pasl Aqua gebracht habe, ist die Fiorenzato O Ground Sense, also die Grind by Wait Fiorenzato. Dazu werdet ihr bald mehr sehen. Aber ich sage Danke und das war die Host 2023. Und ich bin der Philipp von Vitora und ich war unterwegs mit Robert, auch von Vitora. Danke euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. U f hein. Wir sehen uns beim nächsten Mal zusammen. неб데iusemann